Ich gehe morgens gern zur Arbeit, weil es unheimlich viel Spaß macht, mit meinen Kolleginnen zusammen Aufgaben zu meistern. Wir haben sehr gute Teamarbeit und dann ist es natürlich auch sehr cool, dass wir die ganzen vielfältigen und abwechslungsreichen Aufgaben dann eben auch gemeinsam lösen können. Ein Bonus ist natürlich der gute und kostenlose Kaffee. Ich habe mich für Atrubia entschieden, weil ich die Firmenkultur so offen gefunden habe. Da wusste ich schon, dass die eine gute Ausbildung haben. Und da war ich mir dann einfach sicher, dass man immer einbezogen wird und einen Ansprechpartner hat. Atrubia ist der IT-Dienstleister für die Volks- und Raiffeisenbanken in ganz Deutschland. Ja, wir helfen den Banken bei der Digitalisierung und entwickeln dafür eigene Software. Ja, wir duzen uns im Unternehmen, weil sich da auch Freundschaften finden, wenn man so viel zusammenarbeitet. Das zieht sich aber auch durchs ganze Unternehmen. Wir haben eine eigene Kantine. Wir bieten kostenloses Mineralwasser und Kaffee. Dass wir 30 Tage Urlaub im Jahr haben. Die Büroräume, weil man fühlt sich nicht mehr ganz so wie im wirklichen Arbeitsleben, sondern man fühlt sich sehr frei, weil die Gestaltung sehr offen und individuell ist. Meine Arbeitszeiten sind sehr flexibel. Ich kann mir die selbst aussuchen zwischen 6 und 20 Uhr. Ich mache es immer so ein bisschen abhängig vom Daily, vom Team. Manchmal fange ich um 7 an, manchmal am 9. Also man kann es sich selber einteilen. Man kann auch mal früher aufhören. Ein Beispiel wäre, dass ich von Montag bis Donnerstag länger arbeite und dafür Freitag früher Schluss machen kann. Die Ausbildungsvergütung beginnt im ersten Jahr mit ungefähr 1000 Euro und erhöht sich dann jedes Jahr um ungefähr 100 Euro. Zum Gehalt bekommen wir noch Fahrtkostenpauschale. Und zusätzlich haben wir noch ein Wahlbudget. Da kann man sich verschiedene Sachen aussuchen. Und ein Leasing von einem PC oder einem E-Bike oder kann sich einen Urlaubstag dazukaufen. Wir hatten relativ viele verschiedene Seminare in den ersten Wochen. In denen wir uns untereinander kennenlernen konnten. Unser ganzer Ausbildungsjahrgang ist zusammen zum Teamseminar gefahren, um uns erst mal kennenzulernen. Das hat uns den Start erleichtert. Ich habe mich von Anfang an integriert gefühlt. Alle Kollegen sind total offen und nett. Man kann das Team aktiv unterstützen und auch seine eigenen Ideen mit einbringen. Die Übernahmechancen stehen sehr gut. Man kann sich nach der Ausbildung eigentlich alle Türen offen vorstellen. Atrovia bildet nämlich für ihren eigenen Bedarf aus. Und so eben zu garantieren, dass man fast nahtlos im Unternehmen weiterarbeiten kann nach der Ausbildung. Letizendo. Mehr hilft, es heilt die göttliche Kraft!